Willkommen zurück zu Magic. Wir sind im letzten Kapitel der Color-Dash-Story angekommen und wir haben zwei Gegner, wie das aussieht. Da schießen die wiedervereinten Wächter aus der Zuschauermasse hervor. Jandra eilt in die Arena, um ihre Mutter zu schützen, mit Nissa und Jace an ihrer Seite. Jandra entlädt ihre ganze Wut auf Pias Hasher. Dann schauen wir mal. Vielleicht, ich sehe nichts. Wir haben mega coole Karten. Jetzt sehe ich sie auch. Und keine Länder. Also, Mil. Ja, das sind Länder. Neuer Versuch. Jetzt haben wir nicht mehr so coole Karten, aber jetzt haben wir Länder. Anflug von Genialität, hast du das richtig gelesen? Ja. Die Karte ist übrigens scheiße. Es war nur der Anflug davon. Äther Kollaps. Dann spüren wir mal einen Wald. Belassen und belassen ist dabei, weil wir sonst nichts haben, was ein Mana kosten würde. Schrägstrich grünes Mana verlangen würde. Das ist eine Wand. Dann ist es wohl ein rotes Land gefragt. Wir haben eine Nissa Vital Force. Nice. Aber bis wir die spielen können, dauert es noch. Hier ist die Frage, ist es nur rotes Land oder? Ne, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Wir haben ja nur rot-grün auf Land gehabt. Das heißt, rot war die einzige Alternative. Das ist ein filigraner Vertrauter. Den haben wir in der Story schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Das ist ja ein Vertrauter. Deswegen heißt er ja so. So, nochmal rot-grün und damit können wir den Dreier spielen. Wir können den Artefakt mal basteln, ja. Sollte ich nicht richtig durchlesen können. Was kann denn der? Jedes, wenn wir in der Insel oder in der Source Free wirken, kriegen wir zwei Energie. Und für Tappen und fünf Energie können wir einer Kreatur oder einem Spieler drei Schaden schießen. Ja, warum nicht? Das ist zumindest mal ein bisschen was. Und wir spielen gegen Espa, wie es so aussieht. Wenn man noch zwei Länder aus Welt bekommen, können wir aber was spielen. Mhm. Und den können wir sogar jetzt schon spielen. Macht auch. Du brauchst die Gehydra. Faszin, ja. Ja, ich. Das will das Spiel aber nicht. Ah. Mal drei Energie und go. Und schon sieht das Board gar nicht mehr so kacke aus. Ja. Da wir gegen Espa spielen, müssen wir drauf warten, dass der Typ gerade mal zufälligerweise nicht so viel Mana antappt hat. Ich hab keinen Bock, dass hier irgendwas gecountert wird, was ich noch gebrauchen kann, was ich noch gebrauchen kann. Was bist du? Privilegien. Wart mal, da müsste ich doch Eichenreaktion dem Ding Hexproof geben können und damit das, und dann fizzelt das. Ja. Lol. Oha. Die ist gut. Ähm. Hey, wir haben Ende der Storyleg eine gute Karte. Genau, ach so. Jeden Gegner oder Mana-Vorrat um Grot-Rot erhöhen. Dann spielen wir die mal. Mal. So. Okay, wir können ihm jetzt irgendwas über den Haufen schießen. Nee, ich wäre dafür, wir... Wir könnten unseren Mana-Vorrat um Doppel-Rot erhöhen und ihm damit... Und dann... Ja, das, glaube ich, gelingt nach dem Plan. Mana-Vorrat draufdrehen. Lol. Die Anzeige halt einfach. Und dann macht's... Die sieht ulkig aus. Und dann knallt sie einmal drauf. Wir kriegen mal... Wir würden hier mal gerne zwei draufschießen. Putz. Den anderen können wir blocken, womit Chandra nichts passiert. Ja, und go. Ich habe leider wieder einen verzerrten Screen. Das heißt, ich sehe nicht allzu viele, aber ich kann etwa vermuten, was gerade abgeht. Und da ich mich auch über die Eigenschaften der Karten, die gerade liegen, im Klaren bin, habe ich sogar etwa eine Ahnung, was abgeht. Was in den seltensten Magic-Vorrat der Fall war. Okay, für minus sieben gewinnen wir das Spiel. Okay. Wir sind bei fünf. Mhm. Das ist eine Meisterin der Marionetten. Die kann auch Spiele gewinnen. Kann sein, die sehe ich noch nicht. Token oder Würfel? Würfel. Okay. Ah, jetzt sehe ich sie. Noch ein Blitz. Wir können jetzt uns wieder zwei Mana basteln, um dann entweder den Baumrückenstampfer oder die Nissa zu basteln. Da wäre ich sogar fast dafür. Ja, Nissa klingt ganz vernünftig. So. Dann können wir eine Nissa basteln. Und kriegen Energie. Nein. Wir kriegen Energie für Instant oder Sorcery. Das ist ein Planeswalker. Achso. Und dann... Plus eins und wir enttappen mal diesen Standard-Force und der ist mal bis zum Ende des... Der ist mal bis zu unserem nächsten Zug ein 5-5, eine 5-5-Kreatur. Und... Ergo kann blocken. Go. Und für Mana getappt werden kann er auch. Insofern es denn nötig wird. Richtig. Aber das ist halt voll gut. Das ist richtig. Wer weiß, der schafft ja sogar beim ersten Versuch. Das wäre es jetzt ja noch gerade. Im Moment sieht es gut aus. Wenn der nicht an der Chandra vorbeikommt, gewinnt die das Spiel. Wir sind nicht in Zug auf 7. Und wir haben genug, um alle Angriffe wegzuglocken. Oh, hat den Gadadi jetzt die KI aber gerade überlegen müssen, ey. Holy shit. Ähm, du bist eine reparierende Technikerin. Du darfst wieder was auf die Hand nehmen. Jo, das geht voll fit. Techno schmiedeln, wenn ich mal das so sagen dürfte. Nicht Technikerin. Oh, schick Animation. Und dann spielt er die noch gleich wieder aus. Soll er doch. Ähm, würden wir gerne End of Turn. Ja, ich glaube, wir schießen ihm mal End of Turn. Den 3-3er über... Wir können ihm auch den 4-6er eigentlich über den Haufen schießen. Dann schießen wir den 4-6er. Oder? Wir basteln uns 3 Energie, kriegen durch den Trigger nochmal. Ja, können wir. Das heißt, wir bestimmen mal diese Kreatur. Kriegen wir den Trigger. 2 Energie von dem 3 Energie. Und dann würden wir gerne mal 6 da reinzahlen. Boots. Boots. Und schon gewinnt die keine Spiele mehr. Du bist eine wunderschöne, große Kreatur, die wir nicht spielen können. Ähm... Wobei, mit Mister? Äh, mit Chandra? Eigentlich hat schon überhaupt kein blaues Land. Äh, 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 äh. Wenn wir blaues Mana hätten, dann wäre es ja einfach. So. Jetzt ist es mal auf 7 hoch. Dann geben wir nochmal 2 Mana und dann spielen wir das andere grüne Viecher halt. Ja. Das klingt nach dem Plan. Und Mister bastelt nochmal einen Token. Das ist ja kein Token. Sie untappt ein Land. Ah, und wir könnten sie theoretisch auch ulten, aber das finde ich im Moment witzlos, weil wir haben ja keine Länder. Also, ihre Ulti sagt, wir erhalten ein Emblem. Jedes Mal, wenn ein Land unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, dürfen wir eine Karte ziehen. Was halt über kurz oder lang auch das Spiel gewinnt, aber ja. Erst wenn wir Länder haben. Richtig. Sobald wir ein Land nachziehen, können wir sie gerne ulten. Ja, dann, äh, go. Richtig. Er kann maximal dreimal angreifen, kann alle drei wegblocken. Das heißt, er hat zumindest vom Board her keine Möglichkeit, die Chandra runterzuboxen. Ich bin klar auf der Anten Reserven. Er bastelt sich mal 2 Token. Ja, die kommen zu spät. Richtig. Ha! 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 Land! Okay, dann wird erstmal die Chandra geultet. So, Emblem. Broken. Wir können Land spielen. Auch broken. Ähm. Ich seh's leider live verzögert. Okay, und jetzt sind wir mal richtig kackend reist. Würdest du die nicht erholten können, das weißt du. Ja, ich weiß. Aber wir können auch minus drei Sachen machen und sagen, wir nehmen uns mal eine permanent auf die Hand zurück. Wir nehmen mal die Chandra zurück. Ich fand die nämlich ganz cool. Achso. So, wenn wir die jetzt spielen, dann kann die uns zwei Mana basteln und wir können den Aether Collapse spielen. Und einer Kreatur minus vier minus null geben. Oder wir spielen jetzt einfach erstmal den Anflug von Genialität und ziehen erstmal Karten. Das können wir aber auch End of Turn machen. Ja, wir sollten vielleicht erstmal sein Wort ein bisschen entschärfen, bevor wir die Chandra wieder spielen. Eben, deswegen würde ich mal sagen, wir machen mal Go und spielen mal End of Turn den Anflug von Genialität. Mit End of Turn meinst du das Ende seines Zuges? Äh, ja, natürlich. Ähm. Mit End of Turn ist immer gemeint, Ende von seinem Zug. Äh, Go. Das weiß ich ja nicht, wie du das meinst. Ja, okay. Grundsätzlich gilt in Magic mit End of Turn ist immer gemeint, Ende vom gegnerischen Zug. Ja, wir haben ja schon rausgefunden, dass bei einem einfachen Nein Kommunikationsschwierigkeiten entstehen können. Ja. Na? Ist das jetzt wieder? Achso, nein. Oi, jetzt geht aber Ham hier, der Kollege. Okay. Ich seh kein, wir können es nicht gescheit, also doch, 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 klar. Wir blocken einfach. Ne, ey, wir blocken trotzdem, weil wir die Kiecher kaputt gehen, ne, ist klar. Also, wir können die beiden wegblocken, wir können den da zusammenschrinken und dann überlebt die Chandra. Fast. Nissa. Nissa. Aber ja, so würde ich das jetzt machen. Genau. Also, block... Oder wir lassen die Nissa sterben. Ne, das ist irgendwie nicht ein, die Nissa jetzt sterben zu lassen. Wozu? Oder... Jetzt mach's. Ich will eigentlich Karten ziehen. Warte mal. Das können wir immer noch. Wir haben doch die Nissa gespielt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ha! Genau, pass auf. Was wir machen können ist, wir können Karten ziehen. Hä? Achso, klar. Ja, genau. Und dann dürfen wir mit dem Problem nämlich fünf Schaden irgendwo hinschießen. Ja, dann schießen wir mal die letzten übrigen. What? Das nervig, aber glaube ich, egal. Alter, die ganzen Pfeile. Ja, jetzt wird's gerade kompliziert. Ähm, und jetzt... Ja. Warte, der liegt noch auf dem Stack. Okay. Genau, er zieht er zwei Karten und holt sich die Energie. Aber wir kriegen uns den Schandler-Effekt. Ja, aber jetzt kriegen wir die Energie nicht. Das heißt, wir dürfen... Ja, mhm. Genau. Achso, er hat ihn kopiert. Das heißt, wir dürfen... Ähm... Die du auf. Der Rest wird drunter gelegt. Das heißt, das kommt obendrauf, weil das will ich ziehen. Genau. Okay. War richtig. So, Boots. Jetzt sind Dinge passiert. Das sind eine ganze Menge. Ich glaube, mein Bild ist gerade auch wieder aktuell. Ja, jetzt scheint es wieder zu passen. Er ist fertig, dann würde ich... End of turn... ...gerne noch den über den Haufen schießen. So. Easy. Ja, Mac hat ein ziemlich gutes Autorun-Board. Was man so sagen darf. Jetzt eins nach dem anderen. Ähm... Fackel des Widerstands ist auch ein geiler Titel. Okay, ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn wir mit Attune mit Ather anfangen. Ja. Damit fangen wir an. Ähm... Und... Wir schießen mal... ...da fünf Schaden hier. Blauer, nervt nämlich. Nö. Wir müssen ja nicht angreifen. Dann dürfen wir uns mal ein Land suchen. Wie groß ist die Chance, dass der was hat, um Emblems zu removen? Ähm... Embleme bleiben für immer, wenn wir die mal haben. Bis dato bleiben Embleme für immer. Bis dato. Ja, bis dato. So. Dann... Plus eins, bitte. Ähm... Ja, Diff, das ist gerade nur noch die Frage. Ja, eins von beiden auf jeden Fall. Hm. Wieso? Wir können doch einfach für minus drei dem vier Schaden schießen. Das können wir aber immer noch machen. Wie du sagst, wir müssen doch nicht angreifen. Dann machen wir mal diese plus eins. Ja gut, ein Land können wir nicht wirken. Abziehen davon ist doch so viel lustiger. Dann können wir mit der... Weil es nicht anders geht, ein Land enttappen. Dem Land bootzen wir dann, würde ich sagen. Oder wir spielen den Atta-Collapse. Nein, Quatsch. Das macht keinen Sinn. Mit dem Land können wir bootzen. Und die anderen beiden beitragen zum Blocken. Damit den Blankswockern nichts passiert. Hm. Ich wäre jetzt eigentlich nur mit dem da reingelatscht, weil der nämlich Trample hat. Immer den. Ja, das Game ist eh durch. Ja, okay. Ja, wir müssen ihn auch irgendwie lustig beenden. Du musst ja Entertainment bieten. Wir sind ja Entertainer hier. Ja. Das Ende ist jetzt klar. Jetzt müssen wir es möglichst unterhaltsam da hinbringen. Also du sprichst nicht die Aktion, die schnell ist, sondern die Aktion, die Bock macht. Ich bin dein Vorsteher der Gießerei. Weißt du was? Ich halte es, glaube ich, gerade für eine wahnsinnig gute Idee, das Ding hier zu aktivieren und den Vorsteher der Gießerei sofort wieder über den Haufen zu schießen. Ja, mach mal. Boots! Das war so offensichtlich dumm, dass ich mir jetzt echt übelste Sorgen gemacht habe, was zum Hacker der eigentlich denn haben könnte. Okay, du spielst die, das ist auch okay. Dann nimmt sich mal ein Vorsteher wieder auf die Hand. Der Zucker hat wirklich jenseits von gut und böse dumm. Und ein Schmuckler-Boss. Und end of turn, flashen wir noch den Aether-Kollaps rein und schrinken den mal zusammen. Und schießen derweil wieder ihm fünf Schaden. Aber auch was können. Richtig. Ja, das muss ich so sagen. Ja, ja. Wo fällt Zoom draus? Ich glaube, wir haben genug, um ihn sofort umzunehmen, oder? Ja, wir könnten natürlich langweilig irgendwie einfach sowas machen. Genau. Und noch die andere Chandra. Einfach so. Oder so. Ja, auch Ani, wer sagt's denn? Ja, Chandra-Ulti. Planeswalker-Ulti? Nein. Okay, Nissa wäre ziemlich kacke gewesen. Nicht alle Planeswalker-Ultis sagen, du gewinnst das Spiel. Aber viele. Ja. Also die meisten, zumindest aktuellen Planeswalker, ist irgendwie plus eins. Ich ziehe eine Karte, minus sonst was. Ich mache Dinge und minus große Zahl. Ich gewinne das Spiel. Früher oder später. Aber manche sind darin halt schneller als andere. Na dann, ich gebe mir die Textbox. Mhm. Yay, eine Booster-Packung. In dem Spiel, das wir nie spielen. Weil, äh, X-Mage. Richtig. Apropos, ich habe heute wieder auf dem Turnier, also auf der Pro-Tour, dieses Control-Deck von dem einen gesehen. Der spielt so viele Konter, einfach so viel Nein. Das ist so gut. Egal. Ähm. Dann machen wir weiter. Sobald ich es sehe, Sekunde baut sich auf. Mit vereinten Kräften gelingt es den Wächtern, Pia zu beschützen und gleichzeitig Tesseret und das Konsulat in Schach zu halten. Im letzten Moment zieht sich Tesseret zurück und flieht aus dem Kampf. Doch während die Wächter abgelegt sind, beschlagnahmen Vollstrecker des Konsulats die besten Erfindungen, verhaften ihre Erfinder und ziehen sich zum Turm der Konsulen zurück. Chandra und Pia Nala sind endlich wieder vereint. Doch Tesserets Schatten liegt bedrohlich auf Kaladesh. Kaladesh Starterbox. Yay. Okay. Okay, äh, wir haben Decks bekommen. Wir können eine Kräuterpackung... Wir müssen das auch machen, auch wenn es überhaupt nicht mehr da ist. Wir haben eine Pia Nala bekommen. So ist was. Und wir haben eine unlizenzierte Zersetzung bekommen, die ebenfalls episch ist. Das ist scheiße. Das auch. Das auch. Und das auch. Okay. Ähm, ich will eigentlich weder noch gerade. Dann geh ich mal zurück zum Store. Und den kannst du jetzt zumachen. Genau. Und dann können wir das Video beenden. Yay. Yay. Au. Ciao. I. Ich. Untertitelung des ZDF, 2020